Wir sind die Fliegel Grünland Technik. Wir sind hier in Haag in Oberbayern. Wir sind seit Herbst 2022 hier mit unserem neuen Produkt, dem Cargos. Da sind wir jetzt schon wahnsinnig stolz drauf, dass wir das so weit geschafft haben, dass wir schon so viele Cargos ausliefern haben dürfen und können. Insgesamt der ganze Produktionsaufbau war natürlich schon eine Riesenaufgabe. Wir sind jetzt froh, dass wir an diesem Punkt stehen. Mittlerweile haben wir 40 Mitarbeiter am Standort, eine hohe Eigenfertigungstiefe und konnten auch schon um die 100 Cargos ausliefern. Ja, wir wollen den Cargos wieder groß machen. Wir sehen im Cargos ein Top-Produkt, die Landwirte und Lohnunternehmer top bei der Arbeit unterstützt.